Hallo, Servus und herzlich Willkommen zu meinem Adventskalender-Special 2023 hier auf meinem YouTube-Kanal. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Christopher Jung, ich bin Shimano-Team-Angler und hier in meinem Adventskalender-Special stelle ich euch ab sofort bis zu Weihnachten jeden Tag einen neuen Shimano-Köder vor, teile meine Erfahrungen und fänge mit euch und wie es bei so einem Adventskalender üblich ist, klar, könnt ihr das Ding auch am Ende noch gewinnen. Das heißt, ihr habt 24-mal die Möglichkeit, Köder zu gewinnen und an Weihnachten gibt es nochmal was ganz, ganz Besonderes. Ein Video, auf das sehr, sehr viele gewartet haben mit nochmal einem richtig, richtig geilen Gewinn. Insgesamt könnt ihr Produkte im Wert von über 700 Euro gewinnen. Teilnehmen lohnt sich also wirklich. Wie das Ganze funktioniert und um welche Artikel es geht, erfahrt ihr in diesem und in allen folgenden Videos. Viel Spaß dabei! Im heutigen Köder-Porträt gibt es wieder Top-Worder-Aktionen und zwar mit dem Schockstick 110 und 70 F. Wie ihr seht, 110, das ist schon ein richtig, richtig großer Köder und 70, eine sehr, sehr coole Größe fürs Barsch-Angeln, fürs Döbel-Angeln, aber auch fürs Forellen-Angeln, denn der hat bei mir dahingehend schon wirklich gut abgeräumt. Der große hat bei mir schon gut Rapfen gefangen, ich glaube aber auch, dass gerade der größere für Hecht richtig geil ist. Und ich habe hier schon meine zwei liebsten Dekore, wenn es auf Top-Worder-Angeln geht, einen schwarzen Köder und einen weißen Köder. Das sind so die zwei Dekore, die ich fürs Top-Worder-Angeln wahnsinnig feiere. Der eine hat richtig guten Kontrast zu einem hellen Himmel und der andere einen richtig guten Kontrast zu einem Dunkelhimmel. Es gibt natürlich auch noch andere Dekore, Fire Tiger, Zander, wie auch immer. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Dekore. Das hier sind meine zwei Lieblingsfarben und der Köder läuft wirklich schön links-rechts und wie man hier schon hört, der hat Rasseln drin. Auch der kleine, der ein bisschen subtiler ist, aber die Köder machen an der Oberfläche nicht nur durch ihre Walk-the-Dock-Action-Radau, sondern auch nochmal durch die Rasseln, die dann nochmal zusätzlich ein bisschen Lockwirkung von außerhalb mit reinziehen. Wahnsinnig geiler Köder, die bei mir dieses Jahr tatsächlich schon richtig gute Fische gefangen haben. Top-Worder-Angeln ist sowieso was total Geiles, wenn der Köder da so schön Walk-the-Dock über die Oberfläche läuft und er dann einfach weggesaugt wird. Gerade beim Rapfenangeln explodiert ja die Oberfläche förmlich. Wahnsinnig cooler Köder. Im Winter natürlich nicht ganz so erfolgreich, außer ihr habt die richtigen Gewässer dafür. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr im Winter schon mal Top-Worder gefangen habt. Würde mich interessieren. Bis auf Döbel fällt mir kein Fisch ein, der bei mir im Winter noch auf Top-Worder beißt. Aber nichtsdestotrotz, schöner Köder aus dem Jahrseil-Programm, den ihr euch selbstverständlich gerne mal anschauen könnt. Zwei Tage vor Weihnachten, natürlich gibt es auch den Schock-Sick zu gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ihr wisst es wahrscheinlich schon, folgt jetzt. Um am heutigen Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr lediglich meinen Kanal abonnieren, dieses Video liken und kommentieren. Ihr könnt selbstverständlich an jedem der 24 Gewinnspiele teilnehmen, müsst dann aber jedes Video kommentieren. Wichtig ist, pro Video wird euer Kommentar nur einmal gewertet. Das heißt, ihr könnt gerne mehr drunter schreiben, aber jedes Kommentar zählt nur einmal. Da wir in der Vorweihnachtszeit sind und es ja viel um Nächstenliebe hier in der Weihnachtszeit geht, würde ich euch bitten, teilt dieses Video doch mit euren besten Angelbuddies. So haben vielleicht auch die die Möglichkeit, eins der 24 coolen Gewinne abzusahnen. Ich sage an der Stelle vielen lieben Dank fürs Zusehen, viel Gewinnspielchancen und eine schöne Vorrennerszeit. Bis dahin, euer Chris. Bye, bye.